Zweites Kapitel, der Sumpf. Ja, wieso nicht hier nur? Ist doch geil. Ach ja, Zombieschnetzel macht einfach nur Bock. Bock, 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 bock. Superkiller. Ja, Nick, ey, oder Rochelle. Das war doch offensichtlich klar. Ach, bei dir zeigt er das noch an? Mhm. Ach, ich bin schon fertig. Ähm. Ja, wer hat noch kein Medipack hier? Rochelle. Hm. Weil eins ist hier noch hier, das ist, äh... Oh, heil mich mal eben, bitte. Hä? Ja, heil du mich mal, oder ich nehm das eben mit. Warte, dann heil ich mich mal eben selber. Pass auf, jetzt klaut Rochelle das Ding. Ne, ne, ne. Mach die schon nicht. Weiter nehm ich das und nehm ich das mit. Mhm. Wollen wir weiter? Was hat die denn... was hat die für... ach so... Die haben beide das... oooh. Die haben beide das Sniper. Lass sie noch. Meinetwegen. Und der erste Geschuss gewöhnt mir. Ja. Muss ja gleich sitzen, der Schuss. Autsch. Ja, direkt durch den Sumpf, wieso nicht? Geil. Schon die... ich ging wohl links lang. Da hat jemand Angst. Es ist gruselig. Jeeha, wer hat Angst? Ach, die soll mir nicht auf den Keks gehen. Es ist ja nicht schon die ganze Zeit gruselig, würde ich sagen, ne? Nö. Ja, sind so auch nur... Jockey. Das war kein Jockey. Was war das denn? Keine Ahnung. Du bist so gut auf vier Beinen. Ja, hab ich grad komisch gewundert. Also oder eigentlich ne Missgeburt auf alle Vieren. Aus der Hölle, ey. Ich glaub wir sollten auch hier weiter, oder? Kommt du Papa, Molly? Wo bist du? Ach da. Ja, geradeaus durchs... da bei dem Boot. Kann sowieso ein bisschen vorlaufen, weil ich alles wegschnetzen kann mit sofort. Hast du das Ding hingelegt? Nö. Nö. Ach hier frisst das, ey. Ohne... Warum kriegt Rochelle? Warum kriegt die das? Ich baller da mit dem Granatwerk drauf und Rochelle kriegt's. Jep. Ist doch normal. Was hat der denn hier? Wo rennst du hin? Schnapp mir einen Schuss! Ich nehm mir mal ein Snipergewehr. Ja, lass weiter. Ja. Er ist unser Sniper. Wow! Ein Hunter, mein ich. Ja. Jockey sind die kleinen nackten Männer. Ich weiß. Dein Freund. Also. Jups. Alter, hast du den Granatwerfer genommen? Ja. War das deine? Naja, den hab ich ja dahin gelegt. Ich wollte das Sniper ja haben. Weil irgendwann ist der alle. Du kannst nicht nachladen bei dem Ding, ne? Ich hab die vorher schon genommen. Ach so. Du kannst nämlich nicht nachladen. Ja, ich hab ja meine andere Waffen noch. Ach so. Ja, ja. Ja. Ich glaub, da soll ich mit auskommen. Oh cool. Ach so, die haben alle Sniper. Warum der so komisch schießt. Junge. Ja, Junge. Natürlich muss ich noch nachladen. Wieso nicht? Ja, mach das Mann. Da kommt was Großes. Über... Ja. Dann weißt du erstmal Nick mit. Ja, toll. Du standst mir direkt im Weg. Ich hab überhaupt dich geschossen. Ja, hab ich gemerkt. Ja, hab ich gemerkt. Licht aus. Junge. Das war die Witch, glaub ich, oder? Jo, quasi. Ich hab sie gerade gekillt. Ich hab die Witch einfach mal so erledigt. Ich hab's gesehen. Was war der Hersteller? Such mal ein Snipergewehr nehmen. Wo? Da. Ach da. Warten hier drüben. Adrenalin. Wir haben meine Schmerzmittel wieder geklaut hier. Da liegen aber welche. Hä, was ist das für ein Pilot hier? Hat der Pilot getrunken? Also nicht. Tröste dich, nicht nur du. Da kommen wieder alle. Ups, das war kein Abziel. Junge. Was ist Dumpfies? Ja, Dumpfies. Ich war's nicht. Was war das? Ja, was machst du denn da? Bist du dumm oder so? Ich war's nicht. Ich schwöre. Ja. Ich war das nicht. Nee. Wer denn? Ich schwöre, das war die Luke hier, die ich geöffnet hab. Wieso öffnest du einfach ne Luke? Da stand Luke öffnen und ich hab eh gedrückt. Ausnahmsweise. Oh, guck mal was da kommt. Ja. Ich weiß. Du hast doch noch Mollo. Ja, Junge. Kommt doch einfach raus, Rochelle. Muss ich eben machen. Genau. Da haben wir erstmal ein bisschen Ruhe da vorne. Nö, das muss ich eben machen, weil sonst wär ich nicht klar gekommen. Bei mir. Erstmal nachladen. Oh, hörst du das? Schon wieder so ne Musik? Nee. Na doch da. Ja. Sollten wir eigentlich hier bleiben oder irgendwo hingehen? Weiter laufen, ne? Lauf. Dann komm. Wo lang? Weiß ich nicht. Äh, ich weiß es nicht. Da, da, deine Richtung glaub ich, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Du solltest dich mal heilen, lieber. Ja. Möglich schon. Hilfe. Danke. Mach schnell. Halt dich. Halt dich und lauf. Hab ich schon. Ja, wir müssen hier auch weiter. Boah. Leck mich am Zug, Gully. Nimm du den. Ja, Nic. Wieso? Arschloch. Rohrbombe. Meine? Rohrbombe. Nachladen. Zumindest die Pistole. Obwohl die einen 8 Schuss hat bei der Desert Eagle. Ich hör da was. Hörst du was? Ja. Ich glaube. Auf dem Gebüsch da irgendwo. Oh, hier sind Sachen. Hier sind Sachen drin. Rohrbombe nehm ich mit. Äh. Tenevitsch. Ja. Oh, Granatwerfer. Granatwerfer. Wo ist die? Und Brandmunition. Hm. Und hier ist noch... Oh, warte mal. Ich heil mich erst mal. Alles kaputt? Höchst tot. Ja, hab ich mir fast schon gedacht. Ich hab's dir einfach mal hin. Hast du ein Defi? Wer hat mein Defi denn? Da ist mein Defi. Liegt unten. Was haben wir denn hier? Ne, wir können weiter. Ne, ich glaub da nicht. Ne, aber meist sind in solchen Hütten auch was besonderes drin. Hast du ne Rohrbombe? Ja, hast du. Aber du bist... Ne, warte. Ich bin... Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Junge, Alter, du spinnst auch, ne? Du bringst uns alle in Gefahr damit. Ich merk. Ich hab vergessen, dass ich die eben ausgewählt hatte noch. Bringst uns auch nicht in Gefahr. Nö, nö. Nö, nö. Lass uns weiter. Hast du Schmerzmittel? Hier, Tabletten. Willst du ihn mitnehmen? Ach. Ja, okay. Kannst du ja mitnehmen. Ich hab... Ich hab auch voll. Oh, sorry. Meiner. Ist doch fast schon klar. Ich hab diesmal ganz normal nur auf ihn geschossen. Warte, keinen Bock zu wechseln. Ich hab auch nur noch 6 Schuss. Na, ist doch besser so. Aber da hinten war noch ein Granatwerfer, ne? Ja. Äh, ja. Hab ich nicht gesehen. Doch, schon da extra mal Granatwerfer. Ja. Ja, Nick wieder. Sollte auch nicht vorbeischießen. Ha, hat er beiget... Ha, ha. Daneben geflogen. Hm, hab ich gemerkt, der war zu doof eben, dich zu kriegen. Ähm, Mollo oder Rohr? Ich hab ne Rohr. Ne, ich hab auch ne Rohr. Was ist drin? Weiß ja, nicht mal offen. Ich halt die Deckung. Nö. Oh geil, ich kann erst mal... Hallo. Hier. Hey. Penna. Komm wieder Spezialgebiet für mich. Na komm, lass weiter. Hey, geht ruhig weiter. Ich triff die ja von hier. Ich lade nach. Ich lade nach. Ich lade nach. Ich bin auch voll am Bruch hin. Ja. Zack. Fuck. Was sind das für Dinger? Sumpfleichen oder was? Oder Sumpfzombies? Fuck. Kettensäge. Meiner. Kettensäge. Neue Waffen. Waffen hier drüben. Jawoll. Ähm. Ah, du hast auch nen Death mit, ne? Reicht's ja. Junge. Alter. Nerv nicht, Nick. Ohne Witz. Ah, Hilfe, Hilfe. Ist gut. Ah, Hilfe, Hilfe. Ist gut. Mach's jetzt schon wieder. Ah, Hilfe, Hilfe. Nö, da hab ich gesagt gemacht. Ah, Hilfe, Hilfe. Hauptsache die Kettensäge nehmen, ey. Ja. Siehst du schon wieder ein Sniper? Da ist wieder... Ich glaube, ich weck zu Suse jetzt wieder. Weil die Kack ist. So. Ich glaub, wir sollen weiter die Straße entlang. Mhm. Was? Meiner. Das war auch irgendwie klar. Wieso? Ich hab spitze Munition. Ja, hab ich nicht mehr. Ähm. Halt die Klappe, Smoker. Du warst das. Cool. Hey, ist da wer? Hallo. 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 Ja, ich glaub, wir müssen außen rum immer so latschen. Ja. Schutzraum. Ja, ey. Schon wieder? Geil. Was ging ja schnell? Ja. Geile Sache. Das ist doch. Ja. Ja.